Weil wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich im Arsch. Ja, geh mal kurz auf, dann mach ich kurz. Ich bin nämlich jetzt gerade im Bett. Ne, vergiss es. Jetzt renne ich zu meinem Bett hin. Jetzt bin ich extra rausgegangen. Ah, Hilfe. Nein, scheiß Creeper. Nein. Spinne, Schwein, Zombie. Ah, Hilfe. Nein. Nein. Junge, warum liegt hier nur noch ein Bett drin? Was ist das? Ein Bett hab ich. Was Patrick auch zerstört hat wahrscheinlich. Geh ich jetzt hoch in mein Bett? In mein Palast? Junge, ich guck mir die Folgen gleich an, ne? Wenn der das war, ne? Uno, dos, tres. Oder er hat es nicht in der Aufnahme gemacht. Das wär natürlich noch ne Option. Dann weiß ich aber trotzdem, dass er das war, weil er nach Schwarzpulver gefragt hat. Ja, hat er auch. Ja. Boah, Alter, ich stehe hier in diesem Bauernhaus, ne? Wo du gerade drin gepennt hast. Und höre, wie du in dieses Lager reingehst, ey. Dün, 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 dün. Hammerlaut, ey. Am besten wäre natürlich, wenn wir einen Monsterspawner finden würden. Da könnten wir eine richtig geile Monsterfalle bauen. Erstmal fett was Phrasen. Mach ich auch gerade Äpfel. Ja, ich auch. Die hab ich von dir geklaut irgendwann mal. Ich weiß, ihr habt alle von mir geklaut. Vor allen Dingen Michael, ey. Boah, Junge, als wir die, äh, als wir die Monsterfalle gebaut haben, ne? Ey, ich geh zurück, Alter, guck in mein Dings rein, in meinen Kühlschrank, alles weg. Das war nicht nur Michael. Junge. So viel kann ich schon mal sagen. Was seid ihr für Wesen, Alter? So. Richtig am faulen, ey. Verfaulte Wesen, Alter. Junge, Alter, auf der Arbeit, ne? Ich schwöre. Mein Arbeitskollege, Alter, Junge. Das war mal lustig, Mann. Ey, wir sind so in der Berufsschule, ne? Ja, so. Vierte Stunde war gerade um, ne? Er so, boah, ey. Vier Stunden sitze ich jetzt hier schon wieder in diesem dreckigen Kaff, ne? Und dann sagt er so, Alter, weißt du, worauf ich jetzt am liebsten Bock hätte? Ich sag, hä? Worauf? Da sagt er so, Alter, ich fahr jetzt gleich nach Hause. Dann saufe ich einen ganzen Kasten Oettinger leer und fick meine Freundin in den Arsch, Alter. Ich hab mich so kaputt gelacht, Alter. Ich weiß, warum sich das aufhängt. Warum? Immer, wenn ich sprinte. What the fuck? Hab ich noch nie gehört. Ich darf also nicht sprinten. Viel Spaß, wenn dir ein Creeper hinterherläuft. Ja, ich sterb dann halt. Ist egal. Idiot! Ich sterb dann halt. So, wo? Wo bist du, Holzkopf? Wo bist du? Habe ich dich getroffen? Ja. Junge Longshot, Alter. Aber richtiger Longlongsilver, ey. Habe ich dich rasiert? Du, ja, danke für die Pfeile. Irgendwann hast du keine mehr. Ich hab ein 64er-Stick dabei. Ja, verschieß mal alle. Ich brauch ein paar Pfeile. Ja! Alter, was für eine Entfernung, Mann. Und ich hab getroffen. Ich merk noch nicht mal, dass Pfeile hier ankommen. Ja, ich schieß ja auch im Moment gar nicht. Lächerlich alles hier. Lächerlich. Ich hab, glaub ich, 10 Pfeile oder so. Weil du alle weggesnackt hast, ey. Ich hab wirklich ein 64er-Stick aus dem Lager genommen. Ja, du kleiner Penner, Alter. Ich hab extra gefahren mit Patrick. Da verschießt er so unsere Pfeile, du. Ich glaub's nicht. Junge! Ja! Du hässliger Hund, ey. Boah, Junge! Wenn du das in der Aufnahme siehst, Alter. Was für eine Entfernung, ey. Boah! Junge, du Wichser, Alter. Longshot, Alter. Alter, du hässliger... Jetzt, jetzt, hör auf. Ja, ich will doch mein Haus weiterbauen. Ja, ja. Ja, jetzt sagen sie alle. Boah, Junge, was für ein Longshot, ey. Das ist so unglaublich. Gleich spring ich hier vom Haus runter, mach ein 360 und... Und in der Luft treffe ich dich mit dem Bogen. Ja, ja! Dann steht da nämlich Doom2Dead bei Oettinger94. Junge! Lass mich nur erst mal hochkommen hier. What the fuck? Ich hab dich überhaupt nicht abgeschossen. Ja, du hast auf mich geschossen, Junge. Ich hab's gehört. Junge, ich hab überhaupt nichts jetzt gemacht. Ey, du kannst nicht sagen, dass du nichts gemacht hättest, ja? Ich hab's gehört. Guck mal, ob da irgendwo ein Skelett in der Nähe ist. Nein, bei Sonnenlicht. Ey, du hast auch irgendwie... Was? Gesmoked. Ich hab's gehört. Ach, Junge, daran hab ich gerade gedacht, du Männer. Da 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 da. Wenn du willst, du willst eine D.A. Du Wessling. Ich hab nicht geschossen. Das war der Wind. Gerade hab ich nicht geschossen. Ohne Scheiß. Ja, ja, ja. Sicher. Ja, klar. Ja, klar. Du Wesen, Alter. Der ist unten in meine Wand aufgetroffen. Ja, ja. Boah. Ganz knapp über mir hergeflogen. Knapper geht's nicht, ey. Yes. Du kleiner Wichser. Nein. Nein. Erster Schuss, Alter. Boah. Du kleiner Wichser. Alter, du bist... Junge, Alter. Das war der erste Versuch. Du, Penner. Weggebasht. Es geht ja darum, wer das... Wer das Haus hier oben zuerst fertig hat. Nee. Ja, ja. Mit deinem 64er-Stack, da musst du schon ein bisschen fairer machen, ja? Keine Pfeile mehr, du Penner. Aber du hast jetzt zwei Schüsse gemacht und hast mich nicht getroffen und ich hab einen gemacht und hab nicht direkt runtergebasht. Ja, dann hätte ich mehr Pfeile gehabt, ne? Du hast nicht einmal geschossen. Du hast vorhin die ganze Zeit geschossen, Junge. Ja, vorhin. Das waren Probeschüsse. Ich muss mich erst mal einschießen. Ja, sicher. Da kannst du Bob dem Baumeister erzählen, ne? Ich hab hier noch ein paar schöne Feuerzeuge, ja? Also, wenn dein Haus fertig ist, ne? Geht's darum, wer es am schnellsten wieder abdrehen kann. Und das gewinnt er nicht, ja? Also, ist ja klar, ne? Du Wesen, alter, du hässliche Gestalt da oben, ey. Ja! Junge! Wie viel hat's dir abgezogen? Ein bisschen. Ich wollte meinen Bogen doch so verzaubern, dass ich nur einen Pfeil brauche. Wenn du dann einen Pfeil im Inventar hast, dann hast du quasi unendlich. Kennst du die Verzauberung? Ja, ja. Boah, die kriegst du nur mit Level 30, ey. Das ist hammer, dick. Und dann verzauber ich den extra und krieg nur Stärke 4 und Schlag 2. Gammle ich, alter. Alter, ich zieh hier grad so ein Giant-Ding hoch. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier mache. Sag ich erstmal irgendwie groß... Groß, dick, lang, hart... Lass mich mal hier hochkommen, alter. Das geht ja mal gar nicht, ey. Ich baue hier ganz normal. Ja, sicher. Und jetzt gleich höre ich wieder... Er steht da bestimmt schon wieder oben, ne? Ja, 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 ja. Du kleiner Baum. Ein Schuss, ne? Sieh, wie der Pfeil direkt in deinen Glied trifft. Guck jetzt. Er schießt auch hier hoch, alter. Nein, ich hab nur noch 36 Pfeile. Also. Hab schon ein paar verbraucht. Ich hab noch zwei. Spielen wir jetzt hier die Tribute von Panem nach? Oder was ist hier los? Kein Wunder, dass ich hier Gesundheit verliere, ey. Alter, wie die Monsterfalle ab hier oben aussieht, ne? Epik. Epik. Alter, wie sieht der denn hier drin aus? Komisch. Ja, sehr komisch. Muss ich ja schon sagen. Epik. Ach ja, Michael hat übrigens unter meinem Chatroulette-Prank geschrieben, dass du ihm ein Intro machen sollst. Ich. Für Critical Gameplay. TV. Ja. Ja. Mhm. Du sollst ihm ein Intro machen. Und da hab ich gesagt, nee, er meinte, ja, ich soll dir Bescheid sagen, dass du ihm ein Intro machen sollst. Und dann hab ich gesagt, äh, hallo, er liest das hier gerade auch. Oder er wird das sowieso lesen. Ja, hab ich gelesen. Ja, siehste. Und da hat er da drunter geschrieben, ja, dann sag Alex jetzt sofort Bescheid, dass er es jetzt lesen soll. Ja. Ich hab ja auch keine anderen Dinge zu tun oder so. Ich mach nur Intros. Jeden Tag. Die ganze Zeit. Ununterbrochen. Jetzt war kein Witz. Jeden Tag. Die ganze Zeit. Ununterbrochen. Für jede Person, die mich auf der Straße antrifft. Hey, machst du mir ein Intro? Ja, sicher. Hör mal. Ah, Junge. Rage. Rage. Dreckiges Wesen, Junge. Der dreckiges Wesen. Junge, ey. Ich hab so viele Sachen dabei, ne? Was isch mit dir? Was isch mit mir? So. Ein paar Stacks hab ich noch. Ich glaub, die mach ich jetzt hier komplett oben. Ja, ja. Ich verbrauche dich. Lass mich mal auf meine Insel kommen, du Holzkopf, ey. Das ist nicht witzig. Sammel mal bitte schnell meine Sachen auf. Hä, warum? Ich bin hier oben auf meiner Insel. Weil mein Minecraft sich aufgehangen hat. Oh, nein, Junge. Gleich 10 Diamanten verschwinden. Ne ganze Diamantrüstung. Ja. Komm schnell wieder online. Du Penner. Okay, ich mach jetzt gar nichts mehr, ich schwöre. Ja, ja, sicher. Nein, ich schwöre auf alles. Ja, klar. Dein Schwör, ne? Dein Schwör habe ich heute schon 50 Mal gesehen. Ich schwöre auf unseren Kanal. Wurde von Spider erschlagen. Ich bin gar nicht online, Alter. Hier stand, du wurdest von einer Spinne getötet. Willst du mich verarschen? Wenn ich jetzt gleich onkomme und von einer Spinne getötet wurde, dann fisse ich die Spinne eigenhändig in ihr in den weißen Hintern. Alter, betreten, verlassen, betreten, verlassen, betreten, verlassen, betreten, verlassen. Was ist denn hier? Ich kann mich da nicht mal wiederbeleben. Was ist denn hier los, meine Damen und Herren? Hebe mal, stell meine Sachen aus, meine Fresse. Junge, die verschwinden gleich alle. Wenigstens die wichtigen Diamantsachen. Mach mal. Okay, ich bin unterwegs. Ja, Junge, ey, wenn die verschwinden, ey. Umsonst gefahrt. Machen wir nochmal. Vor allem sind da auch verzauberte Schwerter bei. Ist ja scheißegal. Hauptsache Baum. Wow. Wow, what the fuck? Hey. Hey. Hey, Apple. Hey. Hey. Was, Rolade? Rolade. Okay, hier sehe ich so ein paar Sachen. Holy shit. Was ist hier gerade in die Luft geflogen? Wahrscheinlich ein Creeper. Da kommst du. Ah, hinter dir ist das Skelett. Und ich kann meine Sachen nicht aufheben. Das ist ja super, prächtig. Superhammer. Ja, da ist gerade was explodiert. Super. Aber du musst kurz warten, bis sich das wieder regeneriert hat. Was ist regeneriert? Du fliehst jetzt wahrscheinlich ein paar Mal durch die Luft. Ich fliege gar nicht durch die Luft. Minecraft hängt sich hier einfach auf. Diamanten habe ich jetzt nicht, ne? Und die sind hier nicht mehr. Junge. Die musst du wieder aufgesammelt haben. Ich habe gar nichts aufgesammelt, weil ich gar nicht hier stehe. Warte, wenn du jetzt gedrumpenst, dann warte mal kurz. Das hatte ich damals auch. Du kannst jetzt auch erstmal keine Türen öffnen oder so für 10 Sekunden. Weißt du noch, damals wurde ich von so einem Zombie attackiert. Und ich habe gar nichts gemerkt. Und auf einmal bin ich so durch die Luft geflogen. Aber egal, was ich hier mache. Minecraft hängt sich auf und ich kann nur nicht mal irgendwie... Das Bild bleibt einfach stehen, weißt du? Hier, hier liegt noch eine Diamantspitzhacke, oder hast du die schon? Ich habe keine. Du müsstest die haben. Achso, ja, habe ich auch. Was hast du denn alles aufgehoben jetzt? Äh, ich glaube eigentlich gar nichts von dir. Nur meine ganze Erde, wa? Erde brauche ich ja nicht. Achte mal da hoch, Alter. Das sieht aus wie eine falschrumme Pyramide, was ich da gebaut habe. Ja, ist doch richtig so. Lava? Ja. Ich habe so eine Insel noch nie gebaut. Ich wollte mir da oben wie so eine Wohnung dann bauen. Du Ideenklauer. So. Das war meine Idee, aber ich kann ja hier nicht arbeiten. Ich muss jetzt auch weiter arbeiten an meinem... Ich bin vorhin einfach von meinem Haus gejumpt, weil du gesagt hast, sammel das ein, sammel das ein. Bin ich einfach von meinem Haus gejumpt. Alter, ist es unmöglich, Minecraft zu spielen. Unmöglich. Soll ich erst mal Pause machen? Kannst du gleich mal machen. Ach, so eine unmögliche Scheiße. Ich bin wieder auf dem Weg nach oben. Bei mir geht es wieder steil bergauf. Und du kriegst ein Punch in die Nieren, wie bei Kampfsporturnieren. Und das hängt es schon wieder an. Dreckige Kacke. Ich gehe jetzt eben noch hoch in meine Wohnung rein. Und dann mache ich auch schon wieder ein kleines Aufnahmepäuschen. Ein kleines Bräckchen. Aufnahmepäuschen. Super. So, Minecraft ist das letzte Cock-Game. Ist jetzt auch für PS3 rausgekommen, ne? Ja. Voll geil. Morgen. Ist jetzt schon rausgekommen, morgen. Ja. Wenn unsere Zuschauer diese Folge sehen, ist es wahrscheinlich schon draußen. Ah, die Rund, Alter. Wir reden aber nicht von der Zukunft. Boah, was ist denn mit euch? Junge, ich gehe hier in mein Haus rein, oben. In diesem Pyramiden-Ding-Zeug hier. Da sind erst mal zwei Skelette drin. Geschieht dir recht, ey. Ich habe schon überlegt, ey, Alter, ich wollte hier gerade fast den Lava-Eimer verkippen, ey. Hast du eine Aufnahmepause gemacht? Nein, noch nicht. Könnte ich ja mal machen, ne? Ja, 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 ja. Alles klar. Ich bin do einer sich, Jerop, da. по- Und jetzt hören wir mal question. Also,�iert, ich sprach würden. 1, 2, 3, 6, 8, né? clUh. Manient envoy쪽 Blatt.